Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine lieben Zuschauer, zu einer Folge Minecraft! Ähm, das bin ich. Ich bin ja allerdings nicht alleine, sondern mit... Jule! Mit der Leiiiine! Jule und ich sitzen hier zusammen und haben uns gedacht, dass wir zusammen Minecraft spielen. Ey, warum schlägst du mich, Digga? Verpiss dich, du kleine N***! Du hast mich gerade n*** genommen, im Internet! Ich hab euch letztens in der Insta-Story gefragt, was ich mal wieder hochladen soll und sauviele von euch... Digga, kannst du mal öffnen, mich zu schlagen? Sau, viele von euch haben mir geschrieben, ey, Luca, lad mal wieder Minecraft hoch. Ähm, seitdem PewDiePie, glaub ich, sein Minecraft-Let's-Play angefangen hat, hat... Was? Was willst du hier, Digga? Seitdem PewDiePie sein Minecraft-Let's-Play... Jule, such den eigenen Baum! Okay, tschüss. Geh weg! Meiner ist viel größer... Nö. Nerv mich nicht. Joa. Auf jeden Fall haben mir voll viele Leute von euch geschrieben, ey, Luca, lad mal wieder Minecraft hoch. Und ich hab ja mit Jule auch schon mal Minecraft gespielt, das ist allerdings bereits fast ein Jahr her. Äh, da hast du zum ersten Mal Minecraft gespielt, tatsächlich. Ja, jetzt ist gut. Ja, ist gut. Dein Baum hier, der ist überhaupt nicht zu Ende gefällt. Ja, hä, brauch ich den Rest, ich glaub nicht. Hä, aber jetzt soll dir so eine Baumkrone in der Luft rumschweben, oder was? Ist doch egal. Hä, ist nicht egal. Umwelt, äh, Natur? Genau. Das ist mein Scheißbaum. Jule sitzt übrigens gerade hier links neben mir. Aber wir haben keine zweite Kamera, von daher seht ihr leider nur mich. Wenn ihr allerdings Bock auf dieses Projekt habt und, äh, sagt, ey, das ist ja echt irgendwie gar nicht mal so scheiße, wenn die beiden da... Digga, ich hab drei Herzen, Jule. Twelve Seconds later. Nö. Nö. Es reicht. Nö. Hier hinten. Ich hab keine Brille auf. Im Spiel nicht und in echt auch nicht. Wenn ihr auf jeden Fall Bock auf dieses Projekt habt, dann können wir uns ja auch Gedanken darüber machen, dass wir uns irgendwie eine zweite Kamera hier hinstellen und dann seht ihr eine Face... Hier, äh, Jule. Wo? Da. Ich hab dir sogar die gegeben, die, äh, und ich geb dir noch die Hälfte an Holz. Ja, komm, kriegst du auch. Freust du dich? Ja, ist doch selbstverständlich. Ey, Jule. Was? Die Sonne ist kurz davor unterzugehen und wir haben noch nichts erreicht. Ich hab schon 25 Holz, und du? Begrünscht. Lötz, ich hab mich verlaufen. Hier, komm. Lötz, ich hab dich voll vermisst. Halt die Fresse, du Lappen. Wir machen uns jetzt erstmal ein bisschen Kohle, und die Kohle pack ich jetzt zusammen mit den Stöckern, äh, sodass wir ein paar Fackeln haben, weil dadurch haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Licht. Siehst du das? Ja. Ich hab auch zwei Stöcker. Sehr gut. Ähm, ja, die Scheiße ist, dass jetzt Monster kommen. Kann man sich eigentlich in ne Fackel reinstellen, ohne zu sterben? Ja, ich kann da gar nicht reingehen, ich dachte, da drin. Guck, du kriegst direkt Schaden, wenn du da reingehst. Ah! Scheiße. Was ist das? Da hinten auf der Insel sind drei Skelette. Also wir müssen uns jetzt wirklich erstmal provisorisch ne Hütte hier bauen, ähm, deswegen nehm ich einfach mal das ganze Holz, was wir haben, und baue das einfach mal hier rum, ne? Nein. Yes. Was? Du hast dir wieder ne Scheiße von deinem Baum stehen lassen. Ja, ich war doch nicht fertig. Ich muss hier raus. Ja, ich muss raus. Ähm, ist schön hier, ne? Mhm. Ja. Äh, dann warten wir jetzt mal, bis die Nacht vorbei ist. Six and a half hours later. Hey, wir haben die erste Nacht überlebt. High five. Wuhuuu. Gib mir nicht, gib mir nicht, gib mir nicht. Ich hab eineinhalb Herzen. Ah. Nehmen wir. Warte hier, nimm doch deine Schere. Ach, deine Schere. Nimm doch deine, äh, deine Schaufel. Ich hab doch mein Schwerd. Lol. Das ist, das ist gut. I kiss the girl and I like that. Jule, was ist deine Mission hier? Ja, ich warte eigentlich darauf, dass du mir sagst, was ich machen soll. Wollen wir erstmal so ein bisschen unsere Map erkunden? Ja. Weil, äh, wir sind ja da vorne sind wir gespawnt, und äh, wir haben bisher wirklich nur das hier erkundet. Und, äh, da hinten haben wir beispielsweise Bambus. Äh, da vorne ist nichts. Wir können einfach mal da über den Hügel gehen. Ein paar Sekunden später. Ähm. Ja. Wir sind jetzt hier auf unseren Berg gegangen. Und ich dachte, dahinter kommt jetzt eine große weite Welt. Aber nein! Jule, ein halbes Herz! Hier ist Wasser. Oh, ein Tinnenfilch. Und... Äh. Er schwimmt weg, lörrt! Warum? Dachte ich, dass das eine gute Idee ist. Auf jeden Fall haben wir hier auf der Seite, wo unser Haus steht, nur Wasser. Und auf der anderen Seite haben wir auch nur Wasser. Also ich würd sagen, ähm, wir schauen jetzt mal so ein bisschen weiter. Ich hab die blöde Befürchtnis, dass wir auf einer Insel sind. Was heißt Befürchtung? Bef... Ne Maul. Oh, ich hab ja noch nicht irgendwo gesehen, dass es jetzt Bienen gibt. Bienen? Ja, wirklich, die sehen voll süß aus. Wenn ihr noch ne zweite Folge wollt, dann lasst nen Daumen hoch da. Oh, wie viel Herz hast du? Eins! Ach du Scheiße! Wir sind voll am Arsch! Also ich bin jetzt zum kompletten Ende der Insel nach links gelaufen. Und wir haben hier wirklich rein gar nichts. Was uns irgendwie... Was bringen könnte. Nichts. Erst nen Tintenfisch. Und sonst nur Wasser. Können wir nicht nochmal anfangen? So Juli, wollen wir uns gegenseitig dann mal eben... Okay, du bist schon... Tot. Oh Gott, das regnet voll doll. Ja, regnet zum Glück gar nicht rein hier bei uns. So, ich hab jetzt alle Sachen in die Kiste gepackt. Genau, jetzt bin ich tot. Und äh, Leute, die Sache ist, es... Ja, wird gar nicht dunkel, wenn man diesen Shader drin hat bei Regen. Die Sache ist, dass Juli und ich, wie ihr bereits merkt, überhaupt keine Ahnung haben so richtig von Minecraft. Also, falls ihr uns da irgendwie weiterhelfen könnt mit irgendwelchen... Wir müssen das hier safe zumachen. Falls ihr Bock auf dieses Projekt habt und Bock auf einen zweiten Teil habt mit Juli und mir hier in Minecraft. Beziehungsweise mit Schreck. Und äh, mein Skin ist äh... Hässlich. Hässlich einfach. Falls ihr Bock auf den nächsten Teil habt, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Schreibt uns zudem gerne Tipps und Tricks unten in die Kommentare und eventuell auch Sachen, die wir mal machen sollen. Also, wir können uns ja beispielsweise in der nächsten Folge schon ein Boot basteln und versuchen irgendwo hinzufahren. Oder die Insel auf der anderen Seite vielleicht erstmal erkunden. Ansonsten würden wir die heutige Episode Minecraft mit, äh, Luca und Jules beenden. Äh, ja. Tschüss. Abonniert meinen Kanal. Lasst es lieber. Tschüss. Übrigens putzt es ja morgen in den NIE meine Zähne. Musik